Gib mir schnell den Salat, den schneide ich auch gleich. Mama, soll ich dir auch ein neues Brett geben? Nein, das schneide ich gleich hier. Das ist falsch. Achtung, schädliche Keime können vom Brett auf den Salat kommen und sich dort weiter vermehren. Ab jetzt schneiden wir das Gemüse immer auf einem eigenen Brett und nehmen ein anderes Messer.